kannst du auch auf den berg fahren maus wenn das genau geht na jetzt zum beispiel der fight abgeht du siehst die kommen jetzt die radia ist hochgefahren oder so und schaffst es zeitlich noch auf den hill dann wäre es natürlich auch perfekt mehr nur eine art böses da kommt nichts doch 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 fast alles haha untouched wichtig ist diese eckion zu nehmen und dann darum zu pushen das zu machen wir hochfahren auf die nächste ebene eigentlich die kommen außenrum die 30 uhr wird jetzt hier wirklich wirst du es nicht gerade noch ein sexuelles ist ein stritzwagen haben die eine arti ja ebr wenn das 430 uhr geschossen hat fährst du an ihm vorbei holst du die arti krieg ich noch zeh komm mal mit wir holen uns in 430 naja ich weiß nicht ob das sinn macht dann können wir aber von hier ja dann geht mal zu zweit drauf auf wen so lange wir das hier kontrollieren und den ich die haben die haben schritte hinten stehen oder in leo getrackt ist recht sich ein rechtsum stein wenn er allein ist holt ihn euch weck ihn am besten nicht wegkommt weck den weg den trackt außen die maus dann fahr weiter mit dem eba und holt die arti nachdem der trug ist oder fahr direkt zur arti durch und röse dir vielleicht vielleicht ein einziger matt hier außen hin dass wir haben den hill alles cool alles cool geht noch auf die nächste ebene kann ich mich trocken lassen glaube ich doch was auf die arti lässt sich gar nicht mal mit dem arsch so nach oben stehen das ist glaube ich ziemlich geil für die ok und wenn du willst dann schützt durch hinten halt die menschen ab stritz durch ja wäre ganz cool wenn du mit dem eba hier ran ziehst und den stritzer aufmachst und alles alles einmal wir haben wir haben den hill wir haben die map control ich komme jetzt mal vorgefahren die werden uns jetzt wahrscheinlich repushen und das letzte chance ist für sie irgendwie etwas zu machen ich helfe dann noch beim 430 stelle ich mich im camp mit dem eber oder 204 37er kann den irgendjemand rausnehmen ich habe das 260 907 next wir haben sie böse erwischt schön bitte nice ja steh ok ähm maim du fährst hier ran hier rein schon lang hier rein hinter den stein ähm tier nun hat hoch aber du cross nicht hoch du nimmst einfach nur die pose und bleibst dann da drauf ja ebr wieder hier unten den first relativ aggressiv zu sehen wie viel da kommt ähm zwei 60er ziehen unten hoch die 907er ziehen oben hoch stb1 nimmt sie die rampe ähm wenn die dann auf die 260er fahren sollten mit den mediums helfen fahren ja okay könnt ihr den direkt pushen die werden wahrscheinlich über die mitte drüber pushen dann müsst ihr hier anfahren und dann die seite schießen die verteilen sich glaube ich erstmal noch bleibt mal hier wohin bleibt du hinten und guck einfach nur ob die kommen wieso bist du nicht in der posi ich wurde angevackelt auch man man heute was macht ihr da wir haben den hill oder ist alles cool das ist eigentlich gleich am kreuzfeuer also ein bisschen von 12 60 mal schauen weg schaut vielleicht noch mal auf den handyman hat geschossen hier dann bleibt doch nicht da stehen 61 der mits wieso schießt du nicht auf den leuchtspiel ist kam runter mit 907 er geht nicht mit der kapiefront 19 mal hinten weg trocken lassen hat sie hat den klicken bitte ja sauber vielleicht ein paar meter im werk rumkriegen oder ist das zu riskierst du uns überfahren eigentlich gerade ganz gut aber jetzt hier noch den leuchten schief wenn der noch mal aufgehen könnte ich mit ihnen klicken kann 10 sekunden 10 sekunden hat sie hat ja ich ein oder zwei die haben schützwagen nicht einfach mal blind shots machen auf den scheiß stritzwagen meine wisst ja wo er steht bisschen weiter hinten steht er die zugelassen wir gehen in 100 vom hill könnte blindschutz hier drauf machen die ganze zeit auch schon one shot ich kann dir nicht helfen weil ich jetzt hier abgehängt werde nächsten 97 der vorne steht könnte dann auch die arti fressen und nächsten mal war pikt guck mal wenn ihr die möglichkeit hier habt ne verlagert doch den arti furcht gegen den vollen hinten er steht mittig zwischen den zwei beschnitten ist du kannst rückkommen rüber übernehmen das ist die schüsse ich bin auf dem 907 ein bisschen druck macht auf den schieftans und die zurückkriegen dann können wir doch von hier piken und den 907 da rausnehmen oder welchen druck auf den schieften waren dann kriegt er vom 907 ein stutzwagen meine von hier von dem stein da unten wohl wahrscheinlich kriegst du das nicht hin mit dem tank alles weil sie blinded wenn ihr langeweile habt noch mal schleifen und so ne die posi hier bin dabei vielleicht auch er steht auch gerne ein bisschen weiter oben ne ja der stand auch nicht in den bisschen gerade er stand weiter hinten naja genau 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 ich habe es hat okay jetzt ist die frage ob wir was um hil rum kriegen können ja denke schon dass wir mit 907 an du bist noch alle na ja wir haben nicht genug leute hier ist das problem da soll ich mal schauen ob überhaupt was ich hatte mal crossen die crossen die crossen die crossen die crossen gefunden hier helfen ranfahren helfen schießen warum fährst du weg kriegen wir den hier zieht ich raus und da kann man den v v v v getrackt einmal nicht da rein auch mal geträgt raus mit ja ich habe ihn gleich auf den nächsten schieften peter und der sollte einfach drauf holen sie den schieften doch alles wird dem jetzt rein müssen wir jetzt fahren wir holen sie den schieften und dann rüber 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 fang von vorne ebr vielleicht noch jemand das wart ihr alle von hin ins ebr feuer ne max push 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 jetzt kannst du mit ihm noch helfen mit wem mit dem ebr holte ich erstmal den 907 der volle ist der kann da leute schmeißt es jetzt nicht weg leckt eigentlich noch jemand ein bisschen also ich habe ja übel halter die ganze zeit deswegen also naja hatte ich vorhin schon im random irgendwie aber es hat niemand antwortet also vor allem aus so einer krassen freechamps dass du einfach so jump hast wirst du einfach naja oder auch input delay so eine halbe sekunde verzögerung irgendwie bei den postenanschlägen das ist nicht so angenehm beim ebr fahren ich treff ihn eigentlich den stritzer oh mein gott leider gleich geblockt ist die frau kackt wohnen schatze weg oh mein gott bei l ich